So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Was ihr hier aber erstmal seht, sind die Ergebnisse gestern aus den Custom Games. Erstmal Dank an jeden Einzelnen, der da mitgemacht hat. Ihr seht schon, die Punktzahlen sind ziemlich hoch, dafür, dass es nur zwei Siege waren. Aber gestern wurde halt wirklich zahlreich teilgenommen. Wir hatten, glaube ich, eine Runde, da haben sogar 28 Leute mitgemacht bei Solo-Runden. Also nochmal vielen, vielen Dank dafür. Wer Bock hat auf Custom Games, gerne ein Abo dalassen, wenn noch kein Abonnent ist. Und dann einfach mal in den Livestream vorbeischauen. Ich würde sagen, wir quatschen aber jetzt nicht viel, denn wir gehen in den Shop rein. So, gerade mal zack, 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 warte mal. Hallo, CreatorGut hat keinen Bock mitzumachen. Denn wir haben heute ein bisschen was Besonderes drin, finde ich persönlich. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal hier das, wie heißt das Paket? Banderitax Spinnpaket. Ah ja. Ja, also drin ist Pizza-Pajama. Dann das Rückmast, das war die Pickaxe, der Kleiter plus noch das Rage-Quiet-E-Mode. Würde mich jetzt 1,8 kosten, wird euch wahrscheinlich 1,9 kosten, weil das E-Mode kostet ja nur 200. Also lohnt sich auf jeden Fall dafür, dass man wirklich 5 Sachen bekommt. Aber ihr wisst ja, wenn ihr euch was kauft, gerne auch mit meinem Creator-Code. Y-T-Unterstrich-Family, Grüße gehen heraus an jeden Einzelnen. So, dann haben wir einen neuen Skin. Also wirklich einen komplett neuen Skin. Und das ist Reptorian, der Tapferen. Finde ich persönlich ein schöner Skin. Etwas anders, als wir es gewöhnt sind. Aber auf jeden Fall trotzdem schön. Finde ich persönlich. Kostet auch nur 1,2. Der normale Raptor kostet ja 2,000. Also finde ich auch wirklich komplett in Ordnung vom Preis her. So, des Weiteren haben wir drin. Axt des Eidschmieds. Also auch okay. Dann Mod Mando. Ja gut, da sind wieder die Geschmäcker verschieden. Mir gefällt er gar nicht. Dann haben wir die Lampe mit drin. Der Flatterkäfer. Egal. Dann der Spinnenritter ist auch wieder zurück. Finde ich persönlich auch ein schöner Skin. Aber für 2,000 Gliebugs sind in meinen Augen einfach zu teuer. Dann haben wir die weibliche Variante. Die Arachne. Das rücknah ist, weil es ist bäh. Bäh, bäh, bäh. Dann haben wir Netzfetzer. Ist okay, aber naja. Dann der Flugweber. Auch ein hässlicher Kleider, finde ich. Also wer Spinnen mag, ja, das ist okay. Aber ich mag keine Spinnen. Dann geht's weiter. Dann haben wir noch die Arctis Assassinen drin. Auch ein schöner Skin, finde ich persönlich. Ist halt schlicht und einfach. Dann haben wir den Rift Ranger drin. Gute Season 5. So, dann... Ja, ihr wisst ja, Copyright leider nicht abspielbar. Ist aber bei mir in der Playlist mit drin von den Emotes. Dann haben wir Kellenkunst. Warum mir hier der OG-Skin gezeigt wird, ich kann's euch nicht sagen. Normalerweise dürfte der da nicht sein. Dann haben wir noch Schere, Stein, Papier. Bing, bing, bing. Dann die gute alte T-Pose. Damit wurden ihr früher Siegel geholt, indem sie einfach nur, in Anführungszeichen, dumm rumgestanden haben. So, er schläft fast ein. Und dann ist er doch wieder wach. So, das war's eigentlich schon mit den neuen Sachen. Also heute eigentlich nichts Besonderes. Die goldenen Woche ist immer noch drin. Mit Sushi-Meister, Maki-Meisterin, Takara, Taro. Hier noch die ganzen Skins. Eieiei, ein guten Morgen, Nisa. So, die Pakete sind ebenfalls noch da drin. Und dann gibt's heute halt in Rette die Welt noch 30 V-Bucks. Und zwar auf Stufe, hört zu, Stufe 19. Also wer Stufe 19 ist, kannst du noch 30 V-Bucks abholen. Plus die 50 V-Bucks für die Tagesaufgabe. Und in dem Sinne soll es das gewesen sein mit dem Shop. Euch noch viel Spaß beim Leveln. Und in dem Sinne, haut rein.